Hallo und herzlich willkommen zurück, ich bin's wieder, euer Cornel und wir machen weiter, wir gehen weiter. Es hört einfach nicht auf, wir sind bei Agatha angekommen, die wird auch wieder 5 richtig hochgelevelte Pokémon haben, die uns zeigen werden, ob wir hier noch hingehören. Wie gesagt, das ist alles Zusatz, das ist hier alles Zusatz. Wenn wir hier sterben, ist es überhaupt, es ist auch kein Verlust, dann haben wir nicht verloren, wir sind schon Pokémon Champ geworden und dass ich das geworden bin, das hat vorher gar keiner gedacht, dass ich überhaupt hier hingekommen bin, damit hat keiner gerechnet. Und ich habe mich extra vom Level nach hinten fallen lassen, ich habe gegen Arenaleiter gekämpft, die 5, 6, 7 Level über mir waren und jetzt hier gegen die Top 4. Auch die waren über mir und auch jetzt sind sie wieder über mir, das heißt, da kann man sich überhaupt gar nicht beschweren. Wir haben eine richtig, richtig gute Leistung hingelegt. Und, oh, ob wir das jetzt noch schaffen, ja, das werden wir sehen. Ich habe natürlich keine Kampfattacke, das wird so schwierig jetzt. Das wird jetzt so schwierig, ich wechsle Steinlein ein, in der Hoffnung, Normalattacken sind gegen Gesteinsattacken nicht so effektiv, wenn ich mich nicht täusche. Hyperstrahl ist natürlich eine krasse Attacke. Die ist aber nicht sehr effektiv, zieht trotzdem fast die Hälfte ab. Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. Wir probieren es mit Erdbeben. Relaxo ist natürlich, wie gesagt, ein Tank, der hat HP ohne Ende. Und wir kriegen ihn nicht down. Shit. Boah, boah, die sind, Erdbeben ist unsere stärkste Attacke. Es ist alles normal effektiv und Erdbeben ist die stärkste Attacke. Das Problem ist, er wird wahrscheinlich deine Top-Genesung einsetzen. Ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Also, ich kann sowieso nicht fliehen. Ach. Das ist sehr effektiv. Shit. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Und jetzt. Und was? Und was für ein Problem? Nein, was machen wir denn jetzt? Ach du Scheiße. Damit kann er uns weg-nuken. Damit kann er uns fertig machen. Wenn er damit jetzt die ganze Zeit trifft, dann kann er unser... Alles, was wir haben, ist, glaube ich, schwach gegen Stein, oder? Eis hat eine Schwäche gegen Stein, glaube ich. Flug und, äh, Feuer könnte auch sein. Ich glaube, wenn uns jetzt nochmal ein Weiser trifft, sind wir tot. Ich heile das gegen. Ich heile... Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich glaube, jetzt würden wir 109 KP verlieren, wenn der nochmal trifft. Ich glaube schon. Wir können jetzt sehen, was er uns für ein Damage macht. Der trifft doch nicht nochmal, oder? Wir haben verloren. Wir haben verlo... Alter, da draußen schreiben Menschen, als wenn sie Affen wären. Ich kann... Rückentzug bedeutet, dass ich nicht auswechseln kann. Hätte ich angreifen sollen? Ne, dann wäre ich jetzt schon tot. Dann wäre ich jetzt schon tot. Ich kann jetzt nur eine Sache hoffen, und zwar, dass er jetzt vorbei... Das er jetzt nicht trifft. Ich meine, Balzer hat keine hohe Genauigkeit. Da fehlt was. Normalerweise trifft man nicht so oft hintereinander, glaube ich. Oh, yes! Boah, ihr könnt euch nicht vorstellen. Oh, fuck, ey. Hätte der getroffen, der hätte uns getötet. Ich glaube, das kann er nicht abbrechen. Ich glaube, das kann er nicht abbrechen. Und das bedeutet, dass wir ihn jetzt töten können. Weil der Trainer nicht heilen kann zwischendrin. Ey, das... Boah, wenn das Relaxo... Das ist so die Sache, wisst ihr? Wir stehen hier auf Messerschneide. Hätte Relaxo an der Stelle getroffen, wären wir down gewesen. Und ich weiß nicht, ob ich das hätte kompensieren können. Wirklich. Das weiß ich nicht. Nido King ist ein Gift. Gift, was weiß ich denn, Pokémon? Komm, Drache ist doch gegen alles effektiv, oder nicht? Nein, ist es nicht. Oh, ich glaube, das ist eine K.O.-Attacke. Ich weiß nicht, was ich einsetzen soll. Wahrscheinlich hätte ich Boden einsetzen müssen. Ich glaube, das ist eine K.O.-Attacke. Ich weiß aber nicht, wie ich dich töten soll. Ich könnte auch Smetbo wechseln, aber... Aber wenn ich Pech habe, ist Smetbo dann down. Wenn ich Pech habe, ist Smetbo down. Das ist doch keine K.O.-Attacke. Ich dachte, das wäre eine K.O.-Attacke. Okay, ich muss auch eine Top-Genesung einsetzen. Das Gift tötet mich jetzt nicht. Auf gar keinen Fall. Ich muss auch eine Top-Genesung einsetzen. Auf jeden Fall. Boah, Scheiße. Ich dachte gerade wirklich viel Ende. Das hört sich schon so nach Ende an. Ich dachte, das wäre eine... Ich dachte, das wäre eine... Oh, nein. Ich dachte, das wäre eine K.O.-Attacke. Ich weiß auch nicht genau, warum. Ich hatte das so im Kopf, aber... Es ist natürlich gut, dass es nicht ist. Ich meine, ganz im Ernst, ne? Ich bin gerade so angespannt. Ich weiß nicht, ob man es merkt, aber ich bin gerade so... Ich bin so am Überlegen, am Denken. Ich will das gerne irgendwie gewinnen. Ich weiß noch nicht, wie. Ich bin gerade so durcheinander, was die Stärken und Schwächen angeht hier. Ich... Weißt du, dann setzte Drachenklaue und Antikraft ein und so, was alles gar nichts bringt. Jetzt probieren wir die Stahlflügel aus. Ich bin gerade... Ich weiß einfach nicht, was ich... Oh. Komm schon, komm schon. Ja, Fuchtler macht nichts, ey. Er macht kein Damage. Das ist überhaupt gar kein Problem für mich. Die Stahlflügel reichen... Nein, das gibt es nicht. Bitte triff jetzt. Und er ist tot. Yes! Und wir haben uns schon wieder vergiftet. Oh, das kann doch nicht sein. Noch zwei Pokémon. Ich bin nass geschwitzt, ey. Ich bin nass geschwitzt, ey. Ich habe Level 70. Oh mein Gott. Wir wechseln logischerweise. Dafür haben wir ihn. Auf Warmy. Und jetzt die große Frage. Reicht der Psystrahl? Oder kann Macho nur irgendwas auspacken, was uns tötet? Ich weiß es nicht. Okay, es macht nicht viel Damage. Das beruhigt mich gerade. Ich habe schon ein bisschen Angst gehabt. Ich weiß nicht genau, warum, aber irgendwie... Nee. Ist alles gut, Warmy. Was macht Wuchtschlag? Das hat... Ist auch nicht... Nein! Ist alles... Nein! Bitte! Ja! Danke! Danke, Warmy! Richtig stark! Warmy! Richtig, richtig, richtig stark! Wahnsinn! Bitte, 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 ja! Und Schlafmutter trifft auch noch! Und Schlafmutter trifft auch noch! Wie geil ist das denn, ey? Wie lange bist du denn verwirrt? Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht... Oh, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst! Okay, Hottie, 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 Hottie! Hitzekoller? Das überlebt das nicht! Ich kann mir nicht vor... Boah, was zum Teufel! Wie viel Damage macht das denn? Es trifft, es trifft, es trifft, meine Güte! Und es ist richtig stark! Ja, jawoll! Richtig gut, Hottie! Richtig gut, ey! Ich danke dir! So! Boah! Okay! Wir haben mit fünf Pokémon geschafft, die hier in die Knie zu zwingen. Wir haben es geschafft! Ja, wir haben es geschafft! Und darauf können wir stolz sein, auf jeden Fall! So! Wir heilen jetzt unsere Pokémon! Wir setzen ein AP Plus ein! Ich speed das hier mal, weil, äh, ne, die Animationen sind jetzt, denke ich mal, nicht so cool, wie die HP aufgefüllt werden. Und, äh, so, wunderbar! Wir machen jetzt weiter! Ich, ich... Wir machen beide in einem Part! Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich jetzt vielleicht einfach aufhöre und im nächsten Part den nächsten Kampf mache, aber nein! Es kann jetzt hier vorbei sein, und deswegen machen wir hier jetzt weiter! Alle, die noch Bock haben, ich danke euch jetzt schon mal, dass ihr so lange bei dem Projekt dabei geblieben seid, dass ihr so lange hier die Videos geguckt habt, ähm, ich weiß nicht, ob jetzt noch ein Part danach kommt, ich weiß nicht, ob es der letzte Part ist, ich weiß gerade gar nichts, ich weiß nicht, ob wir jetzt gewinnen oder Game Over gehen, ich möchte mich einfach vorher bei euch bedanken, dass ihr dieses ganze Ding mitgegangen seid, ich war der größte Noob der Welt, ich habe versucht zu lernen, ich habe gelernt, ich habe Fehler gemacht, ich habe Verluste eingesteckt, ähm, die halt einfach, ja, ich habe Verluste am Ende einstecken müssen, es ist alles soweit richtig gut da noch gelaufen und jetzt stehen wir hier, und egal was passiert, und wir haben den Äther vergessen, für Erdbeben, scheiße, egal was passiert, ich möchte mich bei euch bedanken für den Weg, den ihr mit mir gegangen seid, und ich würde mich freuen, wenn es euch einfach gefallen hat, und wenn es euch, wenn ihr gerade genauso, ich bin gerade angespannt, wenn das hier nicht so lustig ist oder so, dann tut es mir leid, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, vielleicht ist es beim Zugucken gerade öde oder so, aber ich bin einfach echt angespannt, weil es echt gerade kritisch ist, und ich bin ja so ein Typ, das so bin ich einfach, wenn dann mal so was Spannendes ist oder so, ich hasse es dann zu verlieren, und, 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 nein. Nein! Nein! Die Hydro-Pumpe ist einfach zu stark! Ich hätte wechseln sollen, ich hätte wechseln sollen, ich hätte wechseln sollen, oh, nein! Ich hätte so unfassbar dringend wechseln sollen, es war so ein dummer Fehler! Aber Leute, weißt du, du kannst halt auch nicht damit rechnen, dass die Hydro-Pumpe dich jetzt auseinanderreißen, ich weiß, dass sie stark ist, natürlich, aber das ist so ein Moment, da kannst du einfach nicht, keine Ahnung, was... Sollte es noch einen Rivalen geben, sollten wir den Kampf hier gewinnen, und es gibt noch einen Rivalen, ey, wir haben so abgestunken, wir haben so ein großes Problem, oh, es ist so schwierig, es ist so schwierig, es ist so schwierig, es ist so schwierig, es ist wirklich gerade alles, was ich habe, mein ganzes, jede Entscheidung tut mir so weh, weil ich Angst habe, dass sie falsch ist, es tut mir so leid für Tri, er war echt ein, wir hatten ihn nicht so lange im Team, aber, er war einfach echt ein cooles Pokémon, ich habe Dodri echt voll gerne, habe ich gemerkt, schon ein cooles Pokémon irgendwie, okay, Evoli können wir hier gerade, obwohl zwei Level über uns ist, richtig gut, ja, jetzt ist es tot, 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 jawoll, kein Trank eingesetzt, der Typ, ey, hier, ich zerreiß ein Evoli in der Luft, noch drei Pokémon, Leute, yes, und er kriegt ein, jawoll, und wir kriegen, jetzt, ey, nicht übertreiben, oh nein, kein Konfus, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, wir setzen, wir setzen eine Top-Genesung ein, oh, zwei tote Pokémon, es tut mir so leid, ich weiß nicht, ob die Top-Genesung, ähm, ich weiß nicht, ob die Top-Genesung auch Verwirrungen heilt, ich glaube nicht, oder Verwirrung kann man nicht heilen, aber ist egal, Hauptsache KP voll gemacht, ey, ein Surfer und das Ding ist tot, würde ich sagen, oder? ich glaube, wir waren nicht mehr verwirrt, also dann hat es vielleicht doch, es kam auch nicht, die Meldung ist nicht mehr verwirrt, also kann man das vielleicht doch, äh, heilen, so, Wulnona ist tot, sauber, richtig gut, ey, der Konfustrahler hat mich nochmal kurz, äh, ein bisschen, ja, ein bisschen, äh, ja, der Konfustrahler gut gesetzt, aber danach kam halt nichts hinterher, so, da konnten Wulnona Konter, oh, nun, Ponita, was haben wir denn gerade für ein Glück, es gehört auch dazu, ja, vor allem bei einer Rendemaisers, gehört dazu, so, weißt du denn, das, das allerschlimmste Pokémon in dem Spiel kann kommen, und dann ist es auf einmal ein Saftkorn, das kann passieren, jetzt überlebt das noch, und ich habe keine, ich habe mir, ich habe mir, ich habe mir sowas schon gedacht, ich habe mir sowas schon gedacht, aber, jetzt ist die große Frage, heilen wir das Pokémon, ja, 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 ich gehe hier doch kein Risiko ein, ich gehe hier doch kein Risiko ein, ich bitte euch, ich, 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 wo komme ich denn da hin, das wäre doch, das wäre dumm, das wäre dumm, wenn ich da jetzt nicht heile, das wäre dumm, stell dir mal vor, der macht mich dann tot mit einem Volltreffer oder sonst was, ey, das würde ich mir ja niemals verzeihen, das ist es, nee, und das sind, das sind fast 100 Damage, ja, im Grunde war das schon fast ein Tod, so jetzt ein Surfer, oh, bitte, 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 und das reicht, das reicht, das reicht, das reicht, das reicht, das reicht, yes, bämms, okay, okay, noch ein Pokémon, noch ein Porn Mauti, oh nein, okay, es ist, es ist Mauti, was soll es können, was soll es können, es kann doch nur normale Attacken, das ist nicht sehr effektiv, jetzt, jetzt, ich brauche Erdbeben, ich brauche meine Erdbeben, das war so dumm von mir, dass ich das vergessen, ich habe es vorher noch gesagt und ich habe es trotzdem vergessen, das ist echt dumm, das kann man einfach mal so an der Stelle sagen, Steinmeine, so, Angeberei, ja, wenn du dir das leisten kannst, Kollege, wenn du dir das leisten kannst, dann tu das, Angriff, oh, ich würde sagen, okay, 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 schauen wir mal, ob ich angreifen darf, Scheiße, 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 Leute, es tut mir wirklich leid, es tut mir wirklich leid, aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mich selbst verletze, dann könnte mich hinterher, da kann mich wahrscheinlich noch ein Schlitzer töten, das kann ich nicht riskieren, das kann ich nicht riskieren, kann ich nicht riskieren, wirklich, tut mir leid, so, jetzt greifen wir endlich mal an, Erdbeben, ja, die Verwirrung war auch wieder gut, da müssen wir uns dann gegen wehren, das war eine akute Bedrohung und das ist ein One-Hit, yeah, und jetzt ist die große Frage, kommt noch ein Rivale oder kommt keiner mehr, wir haben Siegfried schon wieder, schon wieder besiegt, im Rematch, es kommt noch einer, ja, ich wusste es ja eigentlich, okay, Leute, das wird der schwerste Kampf meines Lebens, ich weiß auch, ich habe nur noch vier Pokémon, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, Leute, Leute, keine Ahnung, der nächste Part, kann fünf Minuten dauern, zehn Minuten, ich weiß es nicht, auf jeden Fall wird es einen letzten Part geben, morgen werden wir sehen, ob ich alle besiege, oder ob ich am letzten scheiter, schaltet auch morgen noch einmal rein, und ich möchte mich hier schon mal für alles bedanken, bis dahin und tschau, tschüss, euer Korone und ich möchte mich hier schon mal für alles bedanken, ich möchte mich hier schon mal für alles bedanken, ich möchte mich hier schon mal für alles bedanken, ich möchte mich hier schon mal für alles bedanken, ich möchte mich hier schon mal für alles bedanken, ich möchte mich hier schon mal für alles bedanken, Untertitelung des ZDF, 2020